Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht ist es wieder ein Reaction Video, ich habe jetzt glaube ich irgendwie Reaction Video, Werkstatt und jetzt wieder Reaction Video. Einfach aufgrund dessen, das Bike ist eigentlich fertig. Wir müssen aber auf den Prüfstand warten und auf die Verkleidung, bis ich dann alles endgültig abschließen kann. Und es kommt wahrscheinlich sogar noch eine neue Federung rein. Dazu werde ich dann aber in den nächsten Videos kommen. Nur wenn ihr es euch nicht wundert, wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein Reaction Video, gefällt euch ja auch. Und viel Spaß, suchen wir uns auch mal dabei. Haut rein. So, wen haben wir denn hier? George Can. Es geht direkt wieder los. Das war, aber sie hat sich entschuldigt. Ja, aber das war ja mehr als merkwürdig. Oh, da kommt einer, da fahrt man los. Dass sie dann auch noch durchzieht. Der Klassiker, die Hupe. Ich glaube ich mache mir irgendwann als Hupe so ein Schiffshorn. Boah, das ist ja so kümmerlich. Das ist ja schon witzig. Krang. Jetzt eskaliert noch komplett. Das ist eine Grom. Texelspiegel fliegt. Glaubst du, er sagt noch, was dein Problem ist? Nee. Bobber 400. Man kennt ihn. Boah, der sieht aus, als würde der... Aber ein schweres Bike, ne? Ja, aber es sieht sehr wackelig aus. Phone. Down. Kamera. Ja, guck. Da ist er. Was? Das ist einfach... Hä? Das ist international. Das ist ein KTM. Das sehe ich doch an den geilen Spiegel. Das höre ich an der Hupe. Ganz klar, das ist ein KTM. Boah, fahr noch näher auf. Vielleicht schnell ich noch die Seite. Das war auch schon wieder. Der Spurwechsel war auf jeden Fall nötig. Wo war der? Was hat er gemacht? Aber das ist immer noch Bobber 400, ne? Der fährt nur jetzt keine Bobber mehr. Was fährt er denn? Hey, 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 where are you going, man? You can't just come in anytime you want. Digga. You understand? Lass ihn doch da rein. Oh, guck mal, jetzt fällt er wieder zurück. Das ist aber, ohne es eigentlich, um gern ausbrechen zu wollen, das ist eigentlich gerade ein Möchtegern-Hausmeister auf dem Motorrad. Ja, na, ist halt wirklich cool. Also, das war jetzt, dann sagt man ja, Digga, dann... Rückspiegel, glaubst du, er hat Sonnenbrand, warte. Ach, kam am Abend. Ja, jetzt. Ja, kurz rot. Das ist so Australien. Dieses Auto und da drin so einer mit so einer gelben Weste. Das ist so Australien. Krank, Bobber 400 auf jeden Fall. Er versteht dich doch nicht. Bugsepper. Was ist das für ein Tacho? Oh, und... Oh, meine Cap. Schon wieder vergessen. Das war so knapp. Krank, sorry, Leute, meine Cap hier wieder. Ich hab das gerade eben schon. Der ist echt am Spiegel noch hängen geblieben. Das war richtig knapp. Das war dumm vom Motorradfahrer. Ja, war es wirklich. Aber er weiß es selbst. Ja. Das war eine Ehre. Das war auch wirklich dumm. Ja. Super close call. Es ging so, ne? Aber war schon... Das andere war gerade sehr close. Und das wäre richtig dummer Unfall. Hat der Grün gehabt? Sag mal. Echt, war das Grün? Krass. Ja. Oh, das ist ein Streck oder so. Weil wir mit Elving und Brügel fliegen. Klassiker machen. Soll ich nicht erwarte... Jetzt selbst aber auf allen Lanes. Ja, da... Ich erwarte jetzt aber was anderes außer die Hupe. Also... Nee, da muss da... Komm, jetzt muss doch mal heute noch ein Spiegel fliegen. Das kann ja nicht wahr sein. Alles gemutet. Ja. Was ist das? KTM. Echt? Ja. Das Windschild. Das sieht man mit dem Spiegel hin. Geisteskrank. Das ist echt nicht schön. Das ist, glaube ich, eine Duke 390. Das krasseste was da gibt. Aus Arbeitsschutz-Technischen. Ich habe gerade noch. Rein in Haaren da. Wir haben in Deutschland nie so wirklich Tank-Service, ne? So bei der Shell oder so. In Asien ist es super viel. In Thailand, in Indonesien. Ist das gesetzlich da so? Ich weiß es nicht. Jetzt lässt sie laufen. Jetzt geht sie weg. Top-Service. Hä? Wieso macht er seinen Schlüssel schon rein? Wie geht denn da noch rein? Rupees. Sechs Liter hat er schon. 70 sind ein Euro. Oh. Hä? Krass. Was? Dicker, sein ganzes Bike ist voll getränkt. Oh. Oh, siehst du, wie das da runter tropft? Ich habe mich schon gefragt. Was ist das für? Das ist ein bisschen so wie bei dir das eine, wo das geklemmt hatte. Aber. Ja, sie geht weg und. Ist das eine Fütze. Auf so ein Ding kommt dann ja auch irgendwie gefühlt ein Liter in einer Sekunde fast raus. Also, weiß ich nicht, aber fast. Vor allem seine Hose ist klitschnass jetzt mit Petrol. Ja, ist nicht so nice. Ich meine, der Motorrad eigentlich verdampft das ja wieder, ne? Boah, ja. Der nächste, der tanken geht, oder? Passiert das jetzt wie? Das ist immer passiert. Also, ich habe das mal, das so ganz bisschen, weil ich einfach zu viel dann reingetankt habe, dass so ganz ein bisschen das rausläuft. Aber das war ja richtig ein Liter, oder? Ja, das ist, wenn diese Rücklauffunktion nicht funktioniert, ne? Ja. Das soll dann, das hört ja auf. Selbst wenn du es drückst, das hört ja direkt wieder auf. Kennst du das? Ja, genau. Wenn du reinhältst und noch zu den 20, 30 Euro auf Null kommen willst, dass du einfach gedrückt hältst und dann mal so klick, 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 klick. So, jetzt tankt er den anderen voll. Auch wieder mit Tankward. Ich verstehe das nicht ganz, warum die das überhaupt machen, aus Arbeitsplätzen. Also müssen die irgendwie Arbeitsplätze haben? Das ist gesetzlich so, dass man... Das ist jetzt irgendwie, kostet das andere jetzt mehr? Zwei, vier, so. Ist der gleiche, oder was? Geil, in Didi war ich auch. So, was passiert jetzt? Einfach ein nettes Gespräch? Wenn das jetzt wieder überläuft. Ah, das ist jetzt teurer. Gerade eben war es 7, 4, 6. Jetzt kostet es 7, 4, 8. Glaube ich. Regt er sich deswegen auf, aber das ist doch wahrscheinlich nichts, oder? Okay, diesmal läuft es nicht über, glaube ich. Hä? Er hat es einfach nicht zurückgesetzt. Er hat es nicht zurückgesetzt, gerade eben, als der andere bezahlt hat. Hat er denn von dem anderen Geld eingesteckt? Was? Was? Wollt ihr denn abzocken, oder was? Ja, und er sagt sogar noch, zieh das ab, und er so, okay, ich zieh es ab. Das ist so krank. So was passiert da so viel. Weißt du, wie wir, also ich und meine Schwester abgezogen wurden in Indien, so oft, aber im Endeffekt das ist so 140 Rupien, 180 Rupien, 200 Rupien, das sind 2 Euro, 2,50. Guck mal, was das für eine Diskussion ist. Bei mir ist das so, da ist alles so billig, wenn ich 2 Euro mehr zahle und der steckt sich diese 2 Euro in die Tasche, ich gönne ihm das. Klar ist das abgezogen, auf der anderen Seite. Ja, aber wir sind ja jetzt sozusagen reicher, weil wir aus einem europäischen Land kommen und Indien da nicht so vorgestellt ist. Ja, aber die diskutieren jetzt halt da oben so. Trotzdem krass, weil, wenn du so in Deutschland bist, da ist ja alles super korrekt und da musst du selber ja auf 1 Cent häufig ausbezahlen an der Tankstelle. Finde ich das schon krass, dass die da so richtig, hey, betrügerisch kann man das so sagen, ja. Was diskutieren die denn jetzt da die ganze Zeit? Um 16 Rupien, das sind so 10 Cent oder 20 Cent. Junge, 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 junge. Das hier, dass die um den Spritpreis, der eigentlich da ja feststeht, was, warum denn jetzt 600? Achso, weil der andere... 200 hatte. Ja, genau. Also, okay. Na, meint die ganze Zeit, der hatte nur 185 oder so. Ja. Leute, was würdet ihr machen, wenn euch abgezogen wird an der Tanke? Ich hatte das mal, dass einfach eine andere Dame für mich mal meinen Sprit bezahlt hat und ich dann... Das hatte ich auch schon mal. Ja, aber die... Ihrs war teurer und dann ist die... Das hatte ich auch. Und die Tankstelle... Das hatte ich auch. Und die Tankstelle... Ja, dann müssen sie jetzt ihr... Also die Tankstelle von der Frau, die ein Auto getankt hat und ich ein Motorrad. Achso, wie? Ihrs war teurer. Bei mir war es andersrum. Achso. Ich habe mal mein Auto getankt und ein Typ hat sein Auto getankt und seins war 2 Euro teurer oder so. Ne, bei mir war es... Ne, meins war 2 Euro teurer und er hat meins bezahlt, da musste ich weniger bezahlen, als ich getankt habe. Ja, und bei mir waren so 20 Euro Unterschied, das hat die anscheinend nicht gejuckt, die ist bezahlt und sie so, ja, dann müssen sie jetzt ihre Zappsäule bezahlen. Und ich so, hey, das stimmt ja überhaupt nicht. Was kann ich denn dafür, dass da jetzt falsch getankt wurde? Ja, und was hast du dann gemacht? Ja, habe ich Nein gesagt und dann habe ich halt nochmal das bezahlt, was ich getankt habe. Aber dass sie davon dann ausgeben, war richtig weird. Das ist genauso wie bei der Tanksteller, als bei der Sprit alle war und die mir das nicht geben wollten und ich wäre wiedergekommen und hätte bezahlt. Dumm. Okay, Leute. Ja, das mit der Gasstation, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Warte mal in Indien unterwegs sein. Genau. In Deutschland passiert das wahrscheinlich eher seltener, wobei kann natürlich auch mal passieren, dass es kaputt ist. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Dann vielleicht vom Motorrad sogar mal oder von der Werkstatt, äh, aus der Werkstatt. Haut rein, schaut bei Blackout vorbei und tschau. Tschüss. Allein nur mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up wäre nicht vom Handy, zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind der Shit, Shit, Shit.